Möchten Sie nicht, dass Ihnen im Leben einmal etwas Besonderes passiert? Etwas Besonderes? Was denn? Beeindruckend. Sie halten mich für krank. Mit Recht. Aber ich gehöre zu denen, die man zerstört, wenn man sie heilt. Ich werde mich also wehren. Wie ist es, so ein Mensch zu sein? Hä? Ich hab ein wenig Angst davor. Gott sei Dank. Till Schweiger. Corinna Hafu. Ein Film von Bernd Eichinger. Es gibt ein Foto von Maria, Gott und mir. Kennen Sie es? Der schwarze Pudel. Das bin ich. Der große Magarozzi. Erleben Sie einmal in Ihrem Leben etwas Besonderes.